Bei den Wallboxen von eFuturo ist alles eingebaut außer versteckte Kosten. Mit den Wallboxen One und TriPower bieten wir Lösungen für jeden Stromanschluss. Die Wallbox One ist erhältlich als 3,7 und 7,4 kW Variante für den klassischen 220 Volt Anschluss. Die TriPower Variante ist dann für den 400 Volt Anschluss mit 11 und 22 kW. Die Geräte selbst sind erhältlich als einmal kabelgebundene Variante für die Garage zu Hause. Sowohl die Stecker Variante, wo das Kabel im Fahrzeug mitgeführt wird. Für größte Sicherheit und ohne versteckte Kosten ist in all unseren Geräten der Fehlerstromschutzschalter Typ B verbaut. Optional kann man die Wallboxen mit AF-ID-Kartenlesern ausstatten. Diese ermöglichen dann kontrollierten Zugang zum Strom und auch die Ladezeit lässt sich kontrollieren. Als weitere Option bieten wir auch Stromzähler an, um den Verbrauch in der Wallbox besser kontrollieren zu können, sowie farbige Designrahmen. Erhältlich ist auch eine Standsäule für bis zu zwei Wallboxen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.